So, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu ein bisschen Kultur hier auf dem Kanal von... ...Kaito, äh, von mir und Dimensio. Ich bin Kaito. Ich spiele heute das äußerst sinnliche Spiel, Death Pool. Machen Spaß, wir werden ordentlich auf die Kacke hauen, Leute in die Luft jagen, Sachen zackstören und und und. Mal schauen, was uns erwartet. Da ist irgendwas Rotes. Das gefällt mir nicht. Oh nein, nicht schon wieder wo. Oh, ein Sentinel Kopf. Ah ja, ich hörte schon wieder laufen. Oh, schießen sogar. Wo seid ihr Feiglinger? Da seid ihr. Hab euch gefunden. Du lebst ja noch. Wie komm ich denn da durch? Wir kommen da gar nicht durch. Wie haben die kleinen Striche sich denn da durchgequetscht? Lass mich da durch, ich will da durch. Okay, ich muss irgendwie wieder einen Trick finden. Da oben liegt ein Sentinel Arm. Da muss ich doch bestimmt dann... Ach nee, das ist ein ganzer Typ. Ja, aber ich möchte erstmal die Münzen hier einsammeln. Um mehr Waffen zu kaufen. Ja. So. Und einen Weg nach oben. Wo ist das? Oh cool. So eine alte Ritterstatur oder was? Das solltest du nicht tun. Du solltest da hoch springen. Ja. Okay. So. So. Das war es auch nicht ganz. Ach, Mann. So. Hast du schon mal drüber nachgedacht zu springen? Ja. Hab ich. Stell dir vor. Ja, ja. Ich weiß. Wie komm ich... Verdammt. Wie komm ich denn da hoch? Ah. Ah. Einfach den Deathpool Münzen folgen. Beweg dich. Ich hab deinen Rücken. Okay. Mal sehen, wie viel ihm das bringt. Wenn du gleich keine Augen mehr hast. Hahaha. Genau so. Ah. Benutze ich halt eben die Hämmer. Hat bei Thor funktioniert, dann funktioniert es bei mir auch. Oh. Fuck, 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 fuck. Diese kleinen hinterhältigen Ratten. Haben die doch tatsächlich... Wo ist der Kerl, der hier auf mich schießt? Da bist du. So. So. Sackgesicht. Hm. Ja. Oh, da hab ich kaum noch Moni. Wuhu. Ab jetzt. Oh, da ist irgendwas. Ah, interagieren. Ich glaub da unten will ich nicht hin. Kann ich wieder? Oh ja. Ich kann sie wieder benutzen. Obwohl ist ne andere, ne? Ist nicht dieselbe. Egal. Lass uns scheiß in die Luft jahre. Aua. Aua. Das gefällt mir. Juhu. 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 So, was ist jetzt aufgerollt hier zu schießen. Hier ist sonst niemand mehr, oder? Joa, kommen wir. Schön. Ordentlich aufgerollt. Ein bisschen anheben, zur Seite noch. Das war nett. Hier ist die Münzen mal eben schnell eingesackt. So. Au, was jetzt? Wo geht's weiter? Da. Da liegen wieder Münzen. Das bedeutet, hier muss es irgendwo weiter gehen. Hallo? Hier war ich doch schon. Alter. Normalerweise ist die Münze der Orientierung. Das sind die Toiletten. Die habe ich sauber geräumt. Ah. Okay. Komm ich da jetzt hoch? Nein. Hör ich hier durch? So. Und jetzt? Nein, halt. Hier war ich auch schon, oder? Oh. 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 Ich sehe irgendwas summen. Brummen. Was ist denn los hier? Oh. Oh. Was zur Hölle war das denn? Oh. Ist denn überhaupt mein Ziel? Ach, da oben. Ah. Natürlich. Wenn ich jetzt hier was in die Luft gehe, dann komme ich da natürlich wieder hoch. Oh. Die Münze nicht vergessen. Oh. Komm schon. So. Ah. We've got everything we need to execute my super amazing awesome plan. Let's get back to Kate. So. So. Weich mal lohnt es sich auch einfach nur die Waffe zu zücken. So. Einer weniger. Zwei weniger. the- Verdammt. Na also. Mann. Einige Leute wissen aber auch nicht wann gut ist. Here's halber schon mal nachladen. Oha, da ist wieder so ein Dicker Oh nein, 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 warum immer solche Dicke? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Alter Ich bin allen erstmal weglaufen Weglaufen, 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 weglaufen Oh shit, mit diesem Scheiße gehen die Typen hier Die gehen den Dicke an Oh, laufen, 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 laufen Oh shit, dass dieser Schildtyp sich immer hinter dem Dicken verstecken muss Komm her, komm her, Schildtyp So, ein Schwert-Heini weniger So, Schildtyp weg Habe ich nicht noch irgendwas, um das auf ihn zu werfen? Komm, komm Komm, komm, komm Ich bin hier Dicke Ach, Mann Wie ist denn mit deiner Hope passiert? Jetzt sieht man aus, nach einem ganz schlimmen Fall vom grünen Akne So, weg mit dir Jetzt geh doch drauf, verdammt Au Alter, nicht schön, nicht schön So Mist Kerl Ah Endlich Mann Junge, Junge, Junge So, wo ist Cable? Cable Buh 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 Ah, endlich. Ja, Sonnenlicht. So. Wo ist er? Da ist der Fuß. So, den letzten Teil haben wir jetzt auch. Das ist die bescheuerte Idee. Wie hat das? Toll, danke schön. Oh, tschüss. Ja, zur Erklärung, Wade ist der richtige Name von Death Room. Er heißt nämlich eigentlich Wade Wilson. Aber dazu werde ich mehr erzählen, wenn ich endlich dazu komme, das Special zu machen, was ich schon so lange vor habe. Oh, Alter. Ich dachte, ich könnte jetzt kurz eine Pause machen. Ja, das ist so großartig. Wenn wir uns über den Zukunft bringen, warum gehen wir nicht zurück in Zeit und sagen uns selbst, dass wir so ein Traum stoppen werden. Ja. Was ist hier los? Was ist hier los? Oh! Scheiße, was war das denn? Was ist hier jetzt los? Mal! Schau gut, genauso wollen wir das. Oh, verdammt! Wie viele von den Jungs gibt es denn hier? Oh, es geht wieder los! Was ist hier los? Hey, Beckett! Zeit für einen Sekunden! Wir müssen uns fixen unsere Pfanne! Ja, okay. Ja, okay. Was? 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 Was war... Ah, bitte! Ah, ich liebe dicke Waffen. Oh nein, nicht schon wieder! Nein! Nein! Blöverie. Gummihuhn. Nein! Ah, das ist ein Zettel von großer Leistung. Ach, Scheiße... Ranget ihn zurück! Nein! Ranget ihn zurück! Äh, kürlicher Schmerz. Ich glaube, es geht jetzt noch weiter, so wie der Plan. Schau nicht an mich. Das war alles Falscheidee. Wir haben uns vor allem in der Welt zu besuchen. Woa, dicker, 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 dicker! Stirb! Woa, noch ein dicker! Joaah! Juhu! Shit! Ja, 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 ist schön! Hey! Ich denke, ich werde das Haken bekommen! Ja, nein, ich glaube nicht. Joaah! 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 Alter, wachst du! Wachst du! Blitzttypen, blitzttypen! Scheiße, Blitzttypen, verschwindet! Joaah, scheiße! Scheiße, kann ich jetzt mal kurz zwischendurch... Wo? Woher kommt die? Ich darf nur jetzt! Tadellose Ausführung, unser bestes Platz, ja, toll! Alles Teile des Planes, ja, genau. Glauben wir dir auch. Okay, ich hoffe jetzt... Okay, billigste Animation ever. Gut. Ich hoffe, ich kann jetzt endlich mal... Okay, ich, ich spreche jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschauuu!